alter ich habe gerade nein jetzt muss gerade noch mal runter okay dann mache ich das mal kamikaze like im flug so hey wer auch immer dahinten steht der mongo möge jetzt mal hier runter kommen ah uru komm mal runter hier in die schneeflasche oh lol ich habe wieder einen schneemann gekillt aber es ist ja nicht so das ist nein verdammt naja war ja knapp daniel wo ist der eimer kannst du mir mal einen eimer geben ich hab den eimer ich brauch den eimer gib mir mal einen eimer oh ja tu es gib mir eimer 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 den eimer okay danke hey alter ich war wie ich gar nicht treff so ich bin jetzt hier am schlimm ist das nein wo bin ich eigentlich runter gefallen lol jetzt sagt nicht jetzt sagt nicht der ganze schnee ist durch dieses eine loch hier unten gefallen verdammt ah ne ich hab ihn gut irgendwie sieht das so aus als wäre das überhaupt nicht symmetrisch und das als wäre das loch übel falsch ich glaube ich muss das nur mal machen klingt ziemlich scheiße da ne jaja ich spiele die minecraft musik man hört mich im lp nicht aber die fuckt mich trotzdem ab alter so ok dann müsste jetzt eigentlich hier 1 2 3 4 5 6 7 8 ok 1 2 3 4 5 6 7 8 lol 2 zu weit scheiß drauf 1 2 3 4 5 6 7 8 und 1 2 3 4 5 6 7 8 ok haben wir einfach ein paar seiten rand ok ist nicht ich glaube ich habe jetzt alle fackeln da unten weggerissen aber kein problem aber ich wirklich alle weggerissen kannst du ja gleich kannst ja in der nacht wieder hinstellen auch ja klar ok das muss hier jetzt muss hier einen runter versetzt werden ne oh crazy shit zieht euch das rein in jeder richtung acht also in jeder richtung musst du acht bauen loading sun kannst du ja schon mal genau ja der junge weiß wie man baut ja wir haben ja auch nur profis bring mal schaufeln noch digger ja ich hab noch so 4 5 schaufeln oder so dabei 1 2 3 4 5 ich kann nicht zählen 6 7 8 das ist immer besonders schwer wenn man nicht zählen kann wenn man nicht das peter ist des mattes mächtig ist und er kann leider nicht zählen mögen wir alle an ihn denken wenn er aufgrund seiner zellkrankheit stirbt stirbt der däden 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 das ist richtig abnormal gedrückt richtig geil hier hat irgendjemand irgendwas anders gemacht ja das war der UG die Pussy hat den Jump-Parcours hier easier gemacht aber ok ich komm damit fertig ich kann damit leben ja ja kann ich machen gelbe kann danke uah du danke ich machs schwerer wenn du willst ach so äh hast du gerade eben nur an mich gedacht Uruk ja ich bin ja voll die Pussy eigentlich 1 2 3 4 5 6 7 8 so ja wir müssen da irgendwie ah ja genau perfekt macht das auch noch gut äh ich hab den Eimer boah Peter das war so knapp gerade das ist ein ganz normaler Angle Jump du Dödel nein ähm das Wasser kam hinter dir so ok so warte mal 1 und sind es 8 oder noch 1 ich weiß es nicht ich zähle nicht ich kann nicht zählen ne ne der Uruk hat schon gezählt ich habe es gesehen wie er auf die Blöcke geschlagen hat 1 2 3 5 9 ich kann nicht zählen so zapp zapp und hier auch noch mal baden gehen hehehe hehehe mamma mia lol ich weiß jetzt den Fehler scheiß drauf machen wir einfach hier noch eine Reine hehehe 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 er packt die Axt aus er ist mein Dus ich bin dein Vater hehehe neun und jetzt hätte ich ihn runter snacken müssen hehehe hehehe like Luke aber wenn ich jetzt gerade nicht angreifen weil ich ja ähm gerade ähm hier einen Eimer hab ich hab den Eimer die darf nicht nicht angreifen ähm so das weg rumbauen ja kannst du machen wenn du willst ähm wir machen das hier so ne hier ist dann Wand ne ja da warte ja genau da das Wand dann ist um den Gerät um den Gerät ne das ist deutsch ähm machen wir Alter ich sehe hier wieder weiß auf weiß würde ich mal sagen also hier kommt so die Wand man kann im LP wahrscheinlich nix erkennen einfach weil es it's too bright it's too dark and bright ok ich stell auf Moody und es hat sich genau nix geändert ok ich ähm pack mal hier so in den Außenring Licht damit hier im Außenring nichts spawnt lol wie viel Schnee du noch hattest geil ich hab noch mehr nice wir müssen ja drei Blöcke hoch dann kriegen wir auch Enderperlen uha weil das auch aber aber obwohl ne drei Blöcke ist bullshit aber 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 drei Blöcke ist eigentlich bullshit weil dann spawnen Endermänner fallen kommen ins Wasser und teleportieren sich weg ja und dann ähm ähm bauen die auch Schnee ab das ist auch bullshit die bauen ja auch Blöcke ab die klauen ja die verändern die Endermänner die sind ganz böse so ja dann kommt ihr mal hier mit Stuff hoch weil ich äh steh jetzt hier gut so allein ich bin hier immer noch oben ne achso wo bist du denn sehr klar ich bin hier irgendwie am Außenrand ich komm mal wieder rum achso da bist du ja ok alter da können wir richtig geile Fights machen hier ach aber richtig nice ja sagste oh leil oh leil ich hab immer noch ne Eimer ne also naja ich hatte ja nicht vor dich zu schlagen oder so like your bows like a boot zem boot zem hast du gerade jetzt auch an die Lehrerin gedacht? oh ja oh dat Deutschlehrer mit geiler Frisur like a man lol ich bin grad von meinem Stuhl gefallen das haut ihn echt glatt vom Hocker oh ja also ey warte warte Alter der Uruk ist ja schon ein mieser Schlawiner ne schlägt dich da während du da am craften bist ja Uruk kannst du das bitte sein lassen das ist Uruk alter werf nicht mit Schneeblöcken auf mich tu ich nicht das sind Schneebälle idiot idiot das war mein allerletzter oh lol ich wär fast runter gefallen dann hätten die da oben über ein Monster gestanden ne warte alter wo bist du? ah da ah da oh 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 alles klar nein lass ach egal ja ich wollte dir grad sagen dass du den Baum da stehen lassen solltest weil die ja eigentlich gerade so richtig hübsch sind aber kein Problem es ist eigentlich egal ey wollt ihr jetzt mal hochkommen ey alter ja ich farm doch jetzt gerade schon ich seh dich Digga du gehst jetzt erst ins Gehege rein ja ich hab davor gecraftet ah dann würde ich das nochmal gelten lassen hier ach das ist aber nett ich weiß ähm Uruk kannst du schon mal Fackeln mit hochbringen oder du kannst ja schon mal hochgehen ne warte ich kann gleich schon ich bin oben und passe darauf auf dass hier keine Masse fahren das ist ja ein bisschen langweilig dann kannst du ja irgendwie farm oder sowas ja farm ist ja auch viel interessanter ja irgendwie schon oder als die ganze Zeit rum zu stehen hallo mama zombie blackmail ftw würde ich mal sagen oh das hört sich einfach geil an alter ein zombie gespawnt als stehen die da unten oder wie läuft das hier will ich aber nicht nein ich hab schon wieder eine Schneemann geschlagen wollte ich nicht ah da ist er ja gar nur Schnuckelpuppe ja ahja das hört sich jetzt irgendwie ein ziemlich Pädo an aber so richtig aber diesmal ist es auch angebracht also auf jeden fall sterben schon mal die Zombies positiv jetzt mach ich hier mal Spawn Mob Skeleton aber nicht Creeper ja ok er macht Creeper ne oh scheiße scheiße wenigstens im Wasser ach verdammt schießt du gerade auf mich ne ne hier ist nur so ein Skelett so Skelette sterben auch ich hab auch keinen als ob ich einen Creeper spawnen würde aber die paar fehlgespawnten Zombies sind jetzt da unten aus ist ja auch egal oh ja positiv gut gemacht Peter speeder digger alter ah scheiß Drecksspinne ne die fällt natürlich nicht runter von allen Mobs die es gibt es die Spinne natürlich die behindertste DAL alter ich verreck noch an der der Schneemann hat mich gerade so so angestoßen wie als wenn er mich ficken wollte alter lol ich wäre gerade fast von einer Spinne genutzt worden ne das ist ja gefährlich da muss ich ja direkt mit einem Spaten draufhauen ne aber der Uro ist ja schon auf der auf der Rettungsmission hier ohja so ähm gleich 3 3 64er 6 hier komm auch ja genau mach ich das mal aus so äh jetzt mal nicht runterschlagen ne hier ich hab 3 Ja albo g ich mach da gleich nochmal so'n bei einem größeren Ring um ah ne erst mal Decke glaube ich ist besser oder ja lol das ist ja jetzt ganz einfach geworden alter der schneeblock muss da weg das jump adventure soll die jetzt kommt eine decke drauf sagen wir mal ganz kurz gib mir mal kurz ein 64 stack ok hier was machst du macht das alles klar soll ich schon mal die decke bauen ja macht die dann genau drei hoch bei zwei hoher decke es geht mit dem wasser nicht so das ist aber vier nein das ist wirklich drei ja wie gesagt peter kann ja nicht zählen ja stimmt hast recht lass aber irgendwie so eine eingang ist zu viel licht man braucht keinen eingang und das gehört nicht in entry wir können ja theoretisch auch überlegen ob wir dann noch eine etage drauf packen ja ja machen wir wahrscheinlich dann auch später aber erst später aber erst später aber erst später ne wieso hast du gerade geflucht blog falsch gesetzt hat er muss frei bleiben damit wir davon weil wenn ich jetzt reinfalle und das dazu wäre würden wir hier schlecht rauskommen hit the ground to heart das ist aber nicht positiv wir brauchen übrigens noch mal neue fackeln für offen das von sporn auf dem dach auch muss so nicht schlimm das ist schlimm das ist sehr schlimm das letzte als wir das erste mal eine mobfalle gebaut haben noch auf einem ganz alten skybox server wo ich noch eigentlich keine lp von gemacht habe das war eigentlich das witzigste immer da wie wir da gezockt haben das war echt mega witzig wir hatten richtig was da drauf und dann haben wir das erste mal halt so ein der gerät hier gebaut daher kommt das übrigens auch alles genau und dann sag ich ja mit der gerät und dann rasten wir alle voll aus und können nur noch heulen weil es war so witzig und dann spawn auf dem dach von der gerät creeper und unterhalb also im gerät und auf dem gerät überall mobs ohr alter leike boss habe ich den gerade weg alter hier ist ernsthaft gerade ein speed creeper gespawnt das ist nicht positiv ich schon mal gerade fackeln alter ich kann auch ein snowball machen weil wir haben keine fackeln mehr verdammt na du musst welche craften achso ok uruk ist auf dem weg hier du kannst ja sogar auf dem dach schnee fahren ach das ist ja gut mit den fackeln was waren schaden bekommen nein was hattest du dabei vier schaufelden und eine fackel also nichts wichtiges nee eigentlich nicht nee leider nicht was solls das war die vierfache creeper explosion das war echt das allerwitzigste da hab ich so tränen gelacht also wir machen noch kein sonnenlicht hier wir sind noch keine pussys boom 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 was zur hölle geht der hoch das wird so gedacht und dann und dann fall ich so runter und dann noch eine explosion und von der vierten letzten explosion werde ich übelst die säcke natzt und ich heule nur noch und sag mach tag mach tag mach einfach tag weil ich konnte nicht mehr ne ich konnte nicht mehr schreiben mehr ich hab so gelacht gerade in dem moment das war so witzig können wir eigentlich verlinken oder wenn wir dran denken wenn das noch drauf ist ja das ist noch drauf das war echt das allergeilste dann gehe ich mal wieder schnee fahren oder brauchen wir noch was schnee oder hat der urug der hat auch schnee aber das ach ne ja keine ahnung hat er genug hast du genug ich weiß nicht ich farm hier oben ok alles klar ja ich hab den urug gefragt nicht dich peter ja ich hab jetzt hier auf dem dach 16 schnee blöcke gefarmt achso also von dem schnee der hier runter kann oh leid ich geh mal wieder klar schnee farm hammermäßig hier urug ich geb dir auch noch hier schau für kannst du auch noch ein paar blöcke abbauen ja was sollen wir denn mal ansprechen urug schlag mal ein thema vor zum ansprechen jetzt wo du dabei bist kannst du mal sagen was wir labern sollen nein du hast dir einen block kaputt gemacht nein ich hab den übrigens kein plan also kp heißt ähm was heißt kp kein plan kein plan kein plan 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 kp heißt ähm coole pizza keine power alter ja irgendwie schon ne ja sag doch mal was konnte denn gerade so einen sinn ich würde ja vielleicht wenn man alle zwei jetzt irgendwie einen anderen schnee kaputt macht er was ist denn gerade so in der politik los ich hab keine ahnung hat sie jetzt geschrieben nein achso ich weiß das nicht also ich hab ich hab irgendwie so ne keine ahnung sorry leute euro ist gestiegen ah ok kannst ja uns mal ein bisschen mehr darüber erzählen ich hab nämlich keinen teil viel spaß beim schreiben ich hab nämlich auf ja uns mal die j jas j j j j